Hallo, hier ist Kathrin von DogsCouch und wir genießen im Moment die Sonne bei unserem Mittagsspaziergang und einen etwas nebligen Blick über Wien. Hier kommt mein Video Teil 2, Cheyenne und wie sie langsam frisst. Cheyenne ist nach ihrem Apfelunfall wieder auf Trockenfutter umgestiegen und ich trainiere die Hunde, indem sie Trockenfutter aus meiner Hand bekommen. Cheyenne ist nach wie vor ein bisschen Piranha, aber wir trainieren das und ich zeige euch mal, wie sie das gut kann. Cheyenne, hier, Cheyenne. Sieht's? Wann man sieht's? So, Futter zwischen meinen Fingern? Nein. 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 Fein. Also, hochspringen geht natürlich gar nicht und sie soll es so sanft, nein. Wie möglich nehmen. Nein. Nein. Fein. Mahlzeit, Bambam. Er kann's besser. So, einmal noch. Super. Das war's von uns und wir berichten über weitere Ergebnisse, wie Cheyenne vom Piranha zum interessanten Lamm wird. Schönen Tag euch noch. Ciao.